drauf einstellen würde das durchdrehen kann zum beispiel rate nicht ich auch nicht raiden ja also ein paar anweisungen könnte ich machen aber dauerhaft rate liten ein jetzt ein wunderschön ich habe inklarnation mein gott ich habe falsche potaktiviert gg Aber wir in der Falle drin, ey. Ja, bei Tribble immer seh ich das schlecht, Dings hat mir wer was. Bei Lauchin gesagt, so mach genau, ich kotz ab, sobald die nach oben gestackt sind, krieg ich Kotzanfälle. Ich kann so nicht spielen, wenn die alle nach oben gestackt sind, richtig grausam. Bei Lauchin so, ey, kannst du einstellen, einmal gemacht so, Alter, nach einer Sekunde dachte ich mir schon so, okay, mir wird schlecht. Machkristall ist Pflicht eigentlich für Wobbys, ja. Lampen aktivieren, Alter, vor allem, wenn man uns so late aktiviert, RIP. Mach gerade deinen Auflauf, mal schauen, wie er wird. Ja, mach das, wie gesagt, immer gerne mitteilen, wie er schmeckt, für Feedback bin ich immer dankbar. Wo hast du denn klein weg? Ich hab ja mal einen guten, aber der muss ja wechseln. Du musst dir einfach mal auf Herz gehen, nicht spontan. Ey, ja, Bro, vielleicht. Ein Plus ballern, immer Moins des Elements, mir geht's gut. Ey, wie geht's dir? Schade, Brocke. Nee, ich will keiner mehr geben. Ja, Machkristall würde ich immer farmen. Machkristall, Raid Twinket auf jeden Fall. Es gibt zu viele, ne? Fiole. Machkristall ist halt nice, ist halt für Burst sehr stark und Execute-Phase. Ey. Ich wollte nur die zwei von draußen, die nicht inspiriert sind. Jo, jo. Warte ich hier. Dann hier rein wieder? Ja. Goal. Easy. Über CD, ne? Weniger Schaden kriegst du. Ja, das krieg ich mir egal. Bocken PI jetzt. Ich dachte, das bringt nur Matrix, aber täusche ich mich da. Das ist halt Tempo, ne? Brauchst du kein Tempo? Na doch, Tempo ist nice. Ich hab eh zu wenig. Ich hab 37 Grad. Ich sollte so 15 eigentlich haben, aber normalerweise spielen nur mit... 15% kriegst du dadurch. Also ist nicht wenig. Ich weiß. Was für das denn? Ich weiß. Was für das denn? Das war ja One-Shot gerade. Ja, Bro. Keine Ahnung. Ich hab 3 auf einmal geplatzt. Sehr, sehr gut und selbst. Hatte übrigens auf Elemente zu stehen. Haben wir beide lieber verstärkt. Bleiben wir lieber verstärkt gehabt. Den besseren Rhythmus. Ja, warum auch nicht? Ja, macht Crystal Max Level. Quantengerät bockt schon als abends in einem Plus dann. Quantengerät bockt auch als abends in einem Plus dann. Lass die kleinen zwei beim nächsten Mal schauen. Lass die kleinen zwei beim nächsten Mal schauen. Und hier die Gute. Die ganze Gebiete und die kleinen spielen mit dem Buff. Mach Crystal ist besser. Mach Crystal ist tausendmal besser als Quantengerät. Mal so tryn. Dann lass mal die Specs so in der Fall machen. Ja, ist kein Problem. Mach Crystal... Also wenn du Mach Crystal hast, ist Mach Crystal im M Plus auch als abends tausendmal besser als Quantengerät. Sobald ich Mach Crystal habe, schmeiß ich Quantengerät auch weg. Also das hebe ich mir auch gar nicht auf, das Scheißding. Ich hab Kaffee in Karnation Meu oder. Ich hab ich eine zwei wo ich das jetzt fangen wieder viele ich brauche man ein ja kurz ich halte das ist sicher klage mich nicht wie läuft aktuell eigentlich der frost decay nicht so gut ich sag mal kommt immer darauf an wie man die klasse spielen kann wenn du guckst bei uns an bei uns zum beispiel einer der stärksten dds das ist halt krass ist ein survival hunter ist einer unserer stärksten dds muss man halt auch mal loben so ja der kann halt einfach nichts anderes spielen sondern aber der haupt im survival hunter alter keine ahnung alter zieht ist der teilweise ich platz eins im schaden so da kann man einfach sagen yo broder du kannst du kannst du kannst einfach den speck so weißt wir mal dem bm so mm ja der survival reißt einfach unseren anderen hunter den arsch auf und sogar jedem anderen dd teilweise ist da einfach überlegen muss man auch mal ganz klar loben wenn du den speck kannst du obwohl er halt einfach einer der schlechteren ist so gut mann nur theoretisch muss man ja sagen mal die folge immer das ding was da kommt jetzt wochen hinter dir die kugel also oh mein gott ich habe keine chance wenn er mich anstürmt ich stelle mich in die ecke sonst ich kann den einen nämlich alleine machen warum barbitt er nicht what the fuck er ja dafür müssen wir barrier waste was für ein idiot aber ich habe mich noch mal auf die schaufte ein nicht nehmen nicht nehmen wer mich wer mich stelle ja wunder ich zwei kugel noch mal zu können warum hier kommen zwei gut Nehmen sie, hab sie. Block das, block das, block das, block das. Boah, Community hat einer von euch Raidrocks Video gesehen. 40 Krieger wegen Warlocks. Nein, hab ich nicht gesehen. Warte, ganz kurz, dann ziehen wir alle. Mache eben Mana vorher. Wird es wahrscheinlich für einen Neueinsteiger einen Retri-Parler empfehlen als CD. Oder Krieger. Wenn du winnen kannst. Ich immer Krieger. Boah, Moin Jens, grüß dich. Ich hab's gesehen. So. Vier Sekunden. Passt. Na schön. Hau rein. Ich brauch gar keine jetzt. Es ist das erste Mal, wo ich nicht sterbe. Es ist das erste Mal, wo ich nicht sterbe hier. Es ist das erste Mal, wo ich nicht hier sterbe. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur mitgekriegt. Wir Krieger mal auf die Fresse gekriegt. Hat jemand gesagt. Gegen die Warlocks. Aber kein Wunder. Ich weiß nicht, gegen 40 Krieger, gegen 40 Warlocks. Das klingt auch nicht so. So gut für uns. Ich kann ja Dispellen, also hab ich jetzt vergessen zu Dispellen. Ich schwöre, ich hab mich einmal Dispellt bisher im letzten Dungeon. So. 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 Aber... Alte. Poole miracühr Nablaßenmal. Ja das ist mal da. Ich bin hier. Wir gehen danach in einem Sabb first drin bisschen mal verfolgt sind nebenbei so ein bisschen war ja voll dings man sagt man hat ja gesagt dass sie erst hier ab 49 und dann stirbt aber dann ist die lunch gestorben ja und wie gut auch noch mal aus und dann haben die datamein gemacht 45 prozent wie viel einfach hände hoch macht nichts mehr alle weg hatten sie gedacht sie haben es geschafft oder was ja ja immer macht kristall und am besten fiole naja du kannst natürlich wenn du rein gehst ja auch diese ukulare drüse nehmen die ist halt auch very big ja wir sind safe also ich kann jetzt locker weg hin das ist jetzt noch mal damit war es ja war es ja Ich hab auch einen Klammer zu haben. Oh, der wird angeburstet. Alter, der ist noch tot, what the fuck. Nur weil ich Cloud nicht nutzen wollte. Wie du bist tot? Nee, ich dachte. Der Smote ist tot, ich wollte abhauen. Ich bekam auch beim nächsten Mal wieder zu sterben. Mach früh Lantern, weil... Stay Waste. Das wird sich auch eben hinladen, ne? Ja, easy. Oh mein Gott, ich habe geportet, ich habe geportet, weil ich was moven wollte. Das ist eben total in der Falle. Brauchst du CD von mir? Eigentlich nicht, ich habe keine Nation. Ich mach die Katschers, ich hab alles ab. Und ich mach alle. Du gehst zu schnell rein. Ah, ich springe in die Silence, Alter. Nein. Das war das wegen. Trockenbörse zu schnell rein, Alter. Alles schon tot, bevor ich irgendwas ziehen konnte. Mann, ey. Ach, wo in so einem Silence, Alter? Ich hab's genug. Ich hab's genug. Mann, Mann. Mann, Mann. Alles also! About that earlier? Sein Name ist Ωn. Objektiv Grind. 15 ja 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 hier ein bisschen Ich habe einen Def C, dude. Was ist er? Er hat mir auch noch einen Schraub geteilt. Komm her, schau. als erstes ohne zu zweit ist er noch so ja ja nicht gas ich mache nicht so teckel und dann war die inkarnation für das andere weil da geht der am weg okay also ich tauch die anderen da kommt die kleine, wo man schneller essen kann, alter ist die hier in der Brune was? du ziehst die da hier, du lobst sie, ne? ja, ja, ja ich hab einfach keine Nachwuchs genommen, so geht doch, oder sag mal ist wie nix, ja, ne? dann gib ich dir was hier ja, ich hab gar nichts hier, nur einmal gleich ja, dann hochziehen bitte mach ich gerade ah, ich bin gecapped ich brauche ja, probably for best ja, brauchen wir ja, okay alles alles fuck 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 nein, nein, nein oh wie geil wie alter hier, komm wir alles gut alles gut, sonst ich hab immer noch ich kann weg ich kann weg ich muss den Brock in Skatter heilen und die Falle von so heavy call die, dann losst du mir die warte, warte, warte es ist mir nie aufgefallen, dass die oben Fledermäuse an der Decke hängen das ist mir jetzt gerade, weil ich die Kamera so dumm das ist mir jetzt gerade, weil ich die Kamera so dumm ich möchte dich auch mit dem Vogel nehmen, hast du Bild zu dir? ich hab alles ready ich hab in 25 Sekunden alles ready ah scheiße los, die haben wir direkt hier drin, los, die haben wir direkt hier drin alle nein, okay okay, komm wieder raus hast du ein bisschen Swampo? ja, mach ich, mach ich oh, ich hab mich kaum ich brüste kurz wartet hier, ich hol noch einen mein Nachteil ist es, dass ich scheiß Lantena machen muss der Nachteil ist, wenn dir ich hab was ich hab was, ja oh, oh, oh haut raus alles ach, blizzard mal wieder neue heldenklassen, nicht dass ich wüsse vielleicht zum neuen addon, aber dieses mal nicht, also ich sag ja neues Volk, alter, murlocs ja, Mann war gut ich mach Murloc kriegen keine Ahnung Panda DH, wie sich der eine das erwünscht ist, nur die ganze Zeit ich find Blutelfen scheiße, wär aber Panda DH wär geiler ja fliegende Rumkuh fliegende Rumkuh moin moin Frank, grüße dich blödlos hier Gogo, ich hab was nicht die Sex noch haben jach, die Sie haben die Sekunde chor aufhaym die novel ich schlade halt so olde Ich hab geclawed verdient sorry my bad was hin Ich kann gleich, weil ich ja überhaupt nicht mehr cloten Das ist egal, das ist easy Der Bross wurde voll gespuckt, ne? Ich ziehe dich, kein Ding, ich mach Dispel Das ist ja voll wie in den Früher war es ja extrem, das ist aber voll easy Wie geht's dir, Frank? Sind die Murlocs range oder Mähle? Die Murlocs kriegen dann geile Fähigkeiten Ja, den Bross Der Bross will halt ein bisschen dauern Machst du Barrier? Ja, ich hab weitreichende Stöße an das Gleiche Passt schon Nur einer wollte hier aus der Community zum Beispiel rocken, welches Volk geil wäre, die Tutulana Die müssen aber 50% langsamer laufen, dafür haben die aber 100% mehr Rüstung Ich so, Digga, denen nimmst du gar keine Indie mit, wenn die 50% langsamer als alle Charaktere laufen Ja, dafür haben die aber 100% mehr Rüstung, so Ist ja, ist egal, so Ich sag's, wenn du dann in den Plus laufen willst, dann kommt man einfach nicht hinterher, weil er lahmarschlich ist Das will ihn ja keiner haben Ist aber geil Mal gucken, also ich hoffe nächstes L und dass sie mal wieder was reinbringen, klar, ne? Ich weiß, mich stört's nicht, ich bin ja eh nur so hart am Kriegersuchten So, aber wenn halt mal was cooles reinkommt, so Ich kenn halt die BW-Geschichte nicht, das ist das Problem Soll ich die letzten zwei zum Boss mit reinnehmen, ja, ne? Ja, kurz wartest, ja Ja, mach ja mal nochmal Ja, ja, kannst du, hab's schwer nicht, weil hier passt schon Die Rest des CDs sind ab Kannst du im Margin sitzen? Dann passt es, gib mir 20 Sekunden Ja, ja, warte 20 Sekunden Dann gib mir auch 20 20 Sekunden in Weiß Passt, 8 Sekund, also hau.. Ich geh full of Boss Ja, ich, ich geh full of Boss Ich geh full of Boss Ich mach... Ich hab kein Cleef Ich bin alle Fugel das ist einfach ich fick doch mein arsch so ein anlag alter ja ich hab zu dir gezogen passt ich mach die der nächsten was kannst du das denn abfangen toni einmal einfach so und halt mit der schuppe ich kann die schuppe schaffst du gar nicht so also dass sie big ist ja aber dass sie so big ist hätte ich jetzt echt nicht gefällt aber aufsteig von nur drei ich kann auch nehmen niemals jetzt nehmen wir voll auf mit auf die ganze zeit dieses gelbe ich wünsche garst ja ich habe gar keine das ist voll viele vor dem boss der mensch der vollidiot alter hat aber gar keine ja da was er kann man der 1 sekunden 11 sekunden ja nein wir müssen erst mal hier noch ein single machen ich hab mit neuer waffe geht schon also meinst du mit dem gang willst du jetzt bekomme ich ein paar ganze ganze da hab ich nicht mal ein prog gesehen jetzt prob ich ein prog nice troll game du brauchst nicht mehr wenn du mal raus das passt ich werde dich schnell leisten dann kann ich schon zwei sekunden voll leisten oh mein gott Ich gehe auf. Nichts verdienst. Oh, mich dann. Der Rest braucht keinen Top. Okay, go. Dann muss er dispel, dich selbst. Okay, go. Warte auf. Wow. Was ist das? Darf von einem Schraut eigentlich in die Gegner reinlaufen? Setz dich hin, setz dich hin schnell, Aja. Eigentlich nicht, nein. Glaub ich, bin ich mir ziemlich sicher. Weiß ich nicht. Go, go, go. Was machst du? Double hurt? Triple. Triple, gut. Ah, dann schießt mich noch hoch. Wissen. Was ist das? Was ist das? Das hier auch, Bruder. Was, Fire Mage? Ich hab nur kein Blade Ready gehabt, nochmal rein. Jetzt hab ich Blade nochmal. Ah, ist gut, ey. Mach langsam. Oh fuck. Mach langsam. Mann, ich hab doch... Das compare. Passt schon gemütlich. Sie sie dann natürlich Double. Ah, ne das war richtig dumm. Ah, das war die Schraut. Noch ein paar. Volksherst wieder die Leifert. Ah, der Ding ist mini gefressen, der Mitch. Ja, keine Ahnung. Was ist der Input? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich habe noch lange hier geschafft. Genau, kannst du dich hinsetzen, oder? Passt. Kannst du, willst du, pull mir das nächste Back, oder nicht? Nein, nein, da spielen die, ja. Okay. Deswegen kannst du dich eben hinsetzen, oder? Dann können wir so durch. Was? Kannst du dich pullen? Passt. Ich esse das schnell. Ja. Komm da einfach rein. Jetzt machen die Drenner. Leute, es war das alles. Ihr seid nicht ruhig. Wie wird das? Deine mir schreiben zu mir. G Questions? Bis zum nächsten Mal. Und du musst da schon weg von der Gruppe, oder? Der kann doch auch blinken, Alter. Sandwich. Boah, Mann. Er muss da schon weg von der Gruppe, wenn er den Mark hat. Stilo! Jetzt geht's alles gut ins. Klickt noch 6, okay, for 10. Dann geht's einfach nach ... Anfänger! Anfänger! Toch b durante. Oh Gott, ich habe noch fünf Minuten dreißig. Boah, 10,2 Karobol, alter Falter, die Finger weh. Oh Gott, ich habe noch fünf Minuten dreißig.